In die Bogenschutze rein. So, jetzt mach' mal Steine. Hierher. Oh, das Vieh hat er nicht mal getroffen. Wir sind einsatzbereit. Kalkuliere! Komm schon, Vieh Treff. Kalkuliere! Na komm schon. Schieß schneller. Wieso trifft das nicht? Ist ja schlimm. Da nur einen hin. Ne, da. Schieß, und dann müssen wir uns wirklich um die Mauer kümmern, weil es so dauert das zu werden. Ja, ja. Haben wir jetzt eigentlich durch Zeit verloren? Ich glaub' nicht, oder? Kalkuliere! Haben wir überhaupt irgendjemanden getötet da hinten? Ich glaub' nicht. Also gut. Komm schon, Jungs! Okay. Die drei Bauern schauen noch mal, ob da irgendwas ist an Feuer. Ne, auf dem Weg scheint nichts mehr damit vor zu sein. Vielleicht ist sowas kaputt gegangen. Ich weiß nicht warum aber es ist so. Und der trifft, oder? Jawoll. So, jetzt noch mal gucken, was haben wir denn hier? Die Dinger schicke ich mal an die Mauer. Ja, Sire. Ich diene euch gut. Und dieser Püre schicke ich ebenfalls. Fangen wir an, Jungs! Wir werden angegriffen. Die sind doch für die Mauer da, oder? Ja. Reiß diese Welle ein! Lasst mich ran! Die Welle! Ja! Okay. Da war noch Feuer und da ist kein Feuer. Wie sieht's denn aus? Kriegst du es endlich mal hin, die Welle einzureißen? Kalkulieren! Ja! Na also! Jetzt wirst du mir Milch nehmen und... Jetzt greifst du... Hier nochmal an. Aber ich glaube ich lass den R hier angreifen. Kalkulieren! Und dann geh ich jetzt los mit meinem... Volk. Geh auf die los und du gehst auf den los. Lasst sie fliegen! So ist auf dem... Ja genau. Jetzt auf die da oben. Jetzt auf den. Jetzt auf den. Schieß! Jetzt auf den. Jetzt auf die da. Jeder Pfeil muss treffen. So warte mal. So warte mal. Ich geh mit denen hier hoch. Rauf auf die Welle. Die Bogen schützen. Reifen hier noch ein bisschen an. Pfeile schießen! Okay jetzt. Alle hierher. Kommt alle hierher. Alle hier rüber. Auf den. Außer... Ne Katsch. Außer. Außer. Ihr. Und ihr. Alle hier rüber. Außer ihr. Kräfte Mann. Sehr schön. So jetzt hier auf die. Lass sie fliegen! Wo kommt das jetzt her? Los, vorwärts! So. Alle auf den Lord. Los! Nein, 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 nein. Wir werden angegriffen. Das gibt's doch nicht. Wieso blieben? Wie machen die das? Ja. Wie machen die das? Zeig's ihnen! Boah. Ja. Stopp. Ach das ist ein Teergrube. Okay. Hmm. Die Rückkehr einer weiteren verhassten Familie beunruhigt diejenigen, die sich an... Oh! Das war... Das war aus Versehen. Keine Ahnung. Ich bin da jetzt einfach so draufgekommen. Das ist mein... Das ist mein... Wenn ich mich in die Engel getrieben fühle, klick. Das ist... Kann ich nix dafür. Wirklich. Es ist einfach so. Ich versteh mal noch nicht ganz, warum hier eigentlich die Truppen stehen. Wenn ich von hier angreifen kann, weil hier ein bisschen mehr Truppen stehen, aber... Naja. Die Deppler zu kriegen dauert wesentlich länger wahrscheinlich. Habe ich jetzt mehr Truppen, oder wie? Lautschaft. Ich stehe keinen Unterschied, aber gut. Okay. Stehen zur Verfügung. Also. Ja. Auf... Auch man auch da. Die... 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 Ich seh keinen Unterschied zu grade eben, aber gut. Wenn er meint... Oh, hier ist das ganze Pech. Okay, gut. Bauer... Triebock auf. so dann können wir uns was von die Mauer macht den Spreitkolbenkämpfern ne ne nix mit Scheidkolbenkämpfern jetzt wollen wir uns mal ein bisschen noch da also gut und ein bisschen noch da und zweischig noch da alles fein so das war die erste ja ok da ist auch noch Feuer gewesen so du ich kümmer dich immer noch bei einem hier drung genau kann ich die Mauer den Stand der Mauer irgendwie sehen die Menschen hegen warme Gefühle für euch wenn ich das hier nächstes irgendwie runterkriegen würde kann ich irgendwas bauen ne gar nichts ok ihr habt keine Truppen mehr der Herr stirbt ja großes habe ich mehr Zeit hier zu euch ich glaube ich habe mehr Zeit kann das sein euer Zeichenseyer stehe Ihnen zur Verfügung unsere Werkzeuge sind bereit oh sehr schön oh diesmal hat es ja wirklich gut funktioniert so dann habe ich die ganzen Truppenhaus bei los obwohl die kann ich mir auch noch später kommen gibt uns nur ein Ziel nämlich wir den unsere Mögen werden singen gib mir doch mal den ja zu dir hauht mal hier drauf das ist ja nämlich wesentlich lieber wenn euch um die feinde da noch gemacht zeig mal her wie liegt ja ich jetzt sowas bist du und fähig verstehst du ja schiehst du dahin so jetzt gehe ich mal wenn ich schmiede den Bogen schützen muss ich gehe da muss noch ein stück warten bis da diese Mauer wirklich ein bisschen gefallen ist damit ich nicht meine Bogenschützen einste sehr verpulver da sind schon wieder drei gestorben mit einem Schlag das ist sehr schön der Turm hat auch ganz schön leben das hinrennen und alles abschlachten geht ja recht schnell das ist ja jetzt nicht so die Katastrophe jetzt sind wir nach hier bitte damit ich die hier noch loswerden und die da hinten die sechs das sollte dann schaffbar sein aber die würde ich gerne noch loswerden wenn ihr auf der Mauer stehen scheint aber verstehst du Junge eigentlich nicht an da so und Feuer ja wirklich 1a daneben da fickt der nächste stein auch der fliegt daneben was ist der das ist was soll denn das jetzt werden wenn ich meine 55 und ich jetzt noch hoch schicke die menschen hier kann der einen noch angreifen für uns und die kriegen mich daran sieht auch noch angegriffen deswegen ach das ist scheiße komm treff mach einen ordentlichen treffer noch der erste weit betten nein oh geil uh jetzt greifst das teil äh sind die grad verpastet ich bin ja gar nicht so sicher seid gegrüßt ok bauern attacke bogenschützen was wünscht ihr ich dehne euch gut wir werden angegriffen und laut schafft abgesehen von den bogenschützen der ganze rest das gibt es da gar nicht man gut und die kamerle das ist ungeduldig das muss doch von ich weiß nicht man muss doch der ki beibringen dass die nicht in feuer rein rennen wie blöd kann man in seinem rennt doch nicht freiwillig ein feuer rein ganz ehrlich ich meine wir werden freiwillig ein feuer rein mal laut 20 bogenschützen verloren alter schwede so komm ein ordentlicher treffer noch so feuer weg jetzt angriff jeder pfeil muss treffen hier auf die da ich will nicht meine ganzen bogenschützen verlieren oh mein gott ich will meine bogenschützen nicht alle verlieren ok jetzt auf die da los komm sie zu fallen wo schützen die sind was was eis ich habe so langsam echt defizit hier mit dem spiel schlackt sie nieder ich hasse angreifen ich will aber nicht jeder angriff und nicht jeder in belangerungsmission im offline modus zocken bis ich es geschafft habe aber ich hasse angreifen hier habe ich jetzt das sind das sind eindeutig zu wenige da komme ich niemals durch wir werden angegriffen 3 den typen an wir kümmern uns darum kommt schon niemand kommt vorbei wir kümmern uns darum wir kümmern uns darum mach den typen fertig ich mach den erwin wenn du fertig hump fallen los europe alle auf den nord 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 kommt schon bitte ja Greift alle den Lord an und macht ihn bitte down. Kommt alle auf den Lord. Das gibt's doch nicht, wie süß denn so overpower geht's dann. Okay, ich werde jetzt auch bei der Aufnahme früher beenden. Wir haben schon wieder dreimal versorgt. Wenn ihr einen Tipp für mich haben solltet, die ich diese Belagerungsmission besser regeln sollte, dann schreibt es in die Kommentare, da wäre ich euch wirklich sehr dankbar. Ich werde es beim nächsten Mal nochmal versuchen, ich werde es auch vielleicht nochmal probieren, ich werde es mit euch aber auf jeden Fall diesmal durchspielen und ja, wenn ihr einen Tipp habt, dann sagst ihr bitte. Ich lasse das Schwein jetzt erstmal Schwein sein und kümmere mich um einen anderen Mist, zum Beispiel trinke ich jetzt einen Kaffee. Bis denn, tschüss, bis zum nächsten Mal.